was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute gibt es für euch eine richtig geile agento batterie und zwar haben wir die hikaru von agento wie schon bereits erwähnt wir haben das muss ich mal kurz schauen hier wir haben taliba 25 mm 36 schuss und knappe 500 gramm nem also richtig richtig geiles teil ich würde sagen schauen uns das einfach mal draußen an ich glaube das wird eine richtig richtig schöne batterie und dabei wünsche ich euch jetzt viel spaß so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.